Weißt du noch? Letztes Jahr sind wir 60 geworden. Wow! Welche Jahr haben wir gehabt. Aber dieses Jahr wird es auch sportlich. Oh ja, mit den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris 2024. Und der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Eine großartige Gelegenheit für junge Menschen aus Deutschland und Frankreich, sich über die gemeinsamen Werte des Sports auszutauschen. Und ja, mit den essentiellen Verteidigungen, der Arbeit der Team, die inclusivität, die Persönlichkeit und den Respekt, natürlich. Apropos der Arbeit im Team. Vielen Dank an alle und jeden in unserem Team und an alle unsere Partner. Gemeinsam versetzen wir Berge und schaffen für junge Menschen oft oft lebensprägende Momente. Und d'ailleurs, für unsere neuen Richtlinien treten in Kraft, unsere neue Richtlinien in Kraft. Erstmals berücksichtigen wir den Klimaschutz. Sie sind inklusiv und niedrigschwellig, Austausch als ein Angebot für alle jungen Menschen. Und ein neues Internet Internet, plus moderne, plus réaktiv, plus intuitiv. 2024 ist auch das Jahr der Europawahlen. Für junge Menschen ab 16 und ab 18 Jahren eine unglaublich wichtige Möglichkeit, um für Europa, für Demokratie, für Frieden abzustimmen. Malheureusement, die aktuellen Konflikten, in Europa und in der Welt, zeigen uns, dass die Frieden abzustellen. Es ist wichtig, auf unserer Ebene, wir müssen sie behaupten. In Frankreich gedenken wir dieses Jahr des 80. Jahrestags, der Befreiung der deutschen Besatzung und des Nationalsozialismus. Gemeinsam mit jungen Menschen wollen wir uns gegen Nationalismus, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus engagieren. Und das ist nur ein Teil des Ävänemens in der Zukunft. Findet ihr Programm auf unserem neuen Internet Internet. Bis zum nächsten Mal, wir wünschen Ihnen eine gute Idee. Und ein frohes neues Jahr. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss ein dobry, g într Peace! Kommt in auf der Buhreig! Kommt in auf zum nächsten Mal. Vielen Dank.